Musik Kann ich dir das mal vorstellen Hi Leute Und jetzt machen wir einfach so ein paar Modelle schwarz. Ich finde, hier wird auch heute der Leder-Shop-Profi, den kannst du ja auch mal zeigen. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht immer live gezeigt. Und doch, wir antworten auf alle Fragen, die wir lesen, aber es sind so viele. Also die Preise weiß ich jetzt nicht alle auswendig, da müsst ihr im Online-Shop schauen und ihr kriegt ja halt noch die 20%. Sie hat jetzt die Naimi-Jacket an, das ist so eine Kunstleder mit Kunstfelljacke. Also das sieht aus, als ob sie eine Lederjacke im Kombi mit einer Weste trägt. Auch sehr, sehr schön. Gibt es auch ein komplett beige, gibt es auch ein komplett schwarz. Genau. Das hat ein Taillenband und einen Reißverschluss und die Mütze. Also das ist so eine Mütze, die ist auch von unten gefüttert. Oh ja. Also damit werdet ihr auch nicht frieren und das sieht richtig schön aus. Die steht da. Mega. Danke. Auch diese Farbe schwarz-beig. Ja. Also echt mega schön die Jacke. Auch total warm. Kannst du bitte die Ice Princess Jacke zeigen? Okay, dann machen wir mal ein. So, das ist so. Die Snowflake zeigt sie jetzt in beige. So, also Melek ist 1,58cm nochmal und ihr seht jetzt bis wohin die Jacke bei ihr geht. Also die geht fast bis zu den Knien. Und die hat auch Reißverschluss und Band. Und ich mache es auch so wie du meistens, dass ich einfach nur das Band zumache. Das hält trotzdem schon ultra warm. Das Kurzweil könnt ihr abknöpfen. Ihr habt Windschutz an den Armen. Das heißt, da kommt keine Luft durch. Und die Jacke ist auch wasserabweisend. Also der Stoff ist richtig dick und gefüttert. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, in dieser Jacke wird auf jeden Fall niemand frieren. Nee, auf keinen Fall. Die hält sich warm. Die hält sich auf jeden Fall warm. Ja, die ist sehr sehr dick. Sie hat hohe Schuhe an, aber es würde nichts ausmachen. Also wenn sie die Schuhe auszieht, ändert sich nichts an der Länge. Also ich kann gerne die Schuhe ausziehen und dann... Die Jacke bleibt ja trotzdem über dem Knie. Also die Länge wird sich nicht ändern. Ja. Kann sie die Highclose anziehen? Ja. Du musst heute ganz viele Jacke anziehen wollen. Ja, kein Problem. Alles an ihr seht irgendwie. Ja genau, die Jacke sind echt perfekt auch für kleine Frauen. Also passt für jede Größe. Also ich kenne es auch mit der Größe und so. Ich habe da auch noch manchmal Probleme, aber die sind super geschnitten. Das ist jetzt auch einer meiner Favorites. Mega kuschelig, auch sehr elegant. Kann man aber auch sportlich kombinieren. Genau. Wertet jedes Auto. Die Jacke hat auch Taschen und Reißverschluss. Ja. Und der Kragen schützt euch auch. Das könnt ihr bis oben hin zu machen. Das ist wie so ein Schal integriert quasi. Ja. Ja. Melle kam auch mit der Jacke in einer anderen Farbe. Ja. Und das stand ihr auch richtig gut. In so einem Camel. Und wir haben hier halt noch ein Beisch, ein Schwarz, sogar ein Pink glaube ich. Ja. Also in ganz vielen verschiedenen Farben. Könnt ihr auf jeden Fall online schauen. Achso und die Jacke ist bei uns im Sale. Also die kostet nur noch, statt 120, 65 Euro im Angebot. Und ihr kriegt nochmal die 20% extra drauf. Also das sind Schnapper, Mädels. Also da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Weil die Jacke, so eine Jacke braucht jede Frau im Kleiderschrank. Ist auch wieder Kunstfell. Kann man immer gut kombinieren. Also eine Feldjacke. Braucht man. Also braucht man immer. Für irgendwelche Outfits zum Kontrollen. Wie hieß die erste Jacke? Die erste. Welche war denn die erste? Monique. Monique Jacket. Die du anhattest. Okay. Monique. Ja. So was wollt ihr denn noch für Jacken sehen jetzt? Also jetzt habt ihr die Chance. Die Melle zeigt euch die verschiedenen Modelle. Und dann kann einer von euch eine Jacke nach Wahl gewinnen. Sie präsentiert ihr ja jetzt, damit ihr euch auch besser entscheiden könnt. Welche Jacke ihr haben wollt. Ähm. Die Maxi. 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 So eine Oversize Jacke. Die ziehe ich auch ganz gerne im Alltag an. Wenn ich so Jogger an habe. Ja. Also. So. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020